ein kleiner appell an euch bitte lest euch erst mal texte durch bevor ihr irgendwie kommentiert und am ende irgendwelche leute hatet weil ihr seht sie ist nicht gefärbt und viele haben es gesehen gott sei dank es war natürlich nur bearbeitet da auch die fragen kamen wie wir es bearbeitet haben es war per greenscreen und anstatt die filterfarbe auf grün haben wir sie natürlich auf braun gesetzt und tada der hund kann jede farbe haben die man sich aussucht und bevor jetzt leute denken dass sie gebleicht ist weil sie nicht schwarz ist nein das ist tatsächlich ihre natürliche farbe es ist einfach ein dalmatiner der farbe lemon